Okay, das wird mit so vielen Leuten jetzt echt ein wenig stressig. Nein! Ich find dich immer noch doof, Domme! Anna, du musst trotzdem nicht schreien. Doch! Mein Ohr, bitte hör auf. I'm sorry. Dein Mikrofon übersteuert schon wieder. Vorhin war's gut. Ja, ich lege es ja weiter weg. I'm sorry. Kann schon wieder nichts leiser machen, ne? Könnte. Den bin ich schon tatsächlich nicht mehr gewesen. Okay. Ich spiel... Oh, oh, oh. Äh, da. Pff. Warum hassen nicht immer alle? Warum hassen nicht immer alle? Überleg dir das falsch. Wo wohne ich denn heute? Du, 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 du. Ich wohne da vorne. Hallo? Hallo? Hausbesuch? Ich soll hier Kabel verlegen? Äh, ja, äh, der Fernseher soll da drüben, also der 35 Zoll Fernseher. Anstelle des Bildes. Ja. Das bewegt sich nicht. Gut. Werde ich da so machen. Bisschen. Okay, okay, okay. Und wer, der hängt nicht, wenn ich wieder da bin. Okay. Hängt er jetzt? Da ist... Ich muss den... Ich hab den grad noch bestellt kurz. Weil er irgendwie nicht einkam. Und die hat ihm gesagt, der kommt ja morgen. Okay. Dann will ich den morgen hängen sehen. Oder zumindest ein anderes Bild. Äh? Das Bild sehe ich jetzt schon seit zwei Minuten. Das ist viel zu lang. Da drüben muss irgendwo was sein, was ich questen kann. Äh, finde einen Pampigenpilz, finde Zeug, finde hier, finde dort. Und jetzt noch den Pampigenpilz. Das weiß ich nicht. Na, bitte weiß ich nicht. Das ist ein bisschen nett. Hau ab. Na, öfter hier. Braucht hier jemanden, einen Anstandsmenschen? Ich habe hier ein bisschen Gift heute, ich sage, die möchtest du? Ach, heute nicht. Ich hatte meine Portion gestern schon. Okay, habt ihr einen Plan? Nein. Hi. Scheiße. Hallo. Hallo. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja. Einfach töten. Yes. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das ist kein Problem. Ich auch nicht. Okay, okay, okay. Ich töte einfach irgendjemanden. Einfach chillen. Ne, wir können nur einschalten, glaube ich. Ja, genau. Ja, genau. Ich töte einfach jemanden. Ja. Wer bist du? Paddy? Ja. Hallo. Oh mein Gott! Du kannst mir antworten! Mhm. Ah, doch. Hallo. Hallo. Guten Morgen zusammen. Ist der Fernseher schon installiert? Ja, ja, Lieferdienst hat da ein bisschen Scheiße gebaut und hat, denke ich, ein bisschen kaputt gefahren. Ja, verdammt. Ich hab da auch schon gesagt, die werden da nicht ins Treff bekommen. Vielleicht, aber ja. Ja gut, dann warte ich halt noch länger auf den Fernseher. Ja. Dann warten wir mal. Irgendwie muss noch Zutaten kommen liegen, viel zurück, das ich brauch. Hör auf. Jeulebung. Hallo! 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 Guten Tag! Wie ging er im Boot? Kein Meeting, ein Boot. Was? Okay. Mir kam nieder Geräusch. Also ich hab gerade die Quest und den Wind da am Hafen angenommen. Da bist du in 5 Minuten. Und bin dann in die Mine gelaufen und da lag äh Sonne. Aber ich hab kein... Also nichts gesehen. Wo lag die raus? Also da unten lag ähm in der Mine. Mine? Bei der Ruine meinst du? Äh ja ja genau, da unten drinnen ja. Also da drüben. Da genau, unten drinnen, da wo der Grüne King ist. Ja das gleich. Genau. Ach du warst das? Ja genau. Ah ok. Ja dann haben wir ja mein Schmeingeständnis. Ja. Oh man. Ja das ist ja langweilig wenn keiner gesteht ne? Mich wollen hier eh einige tot sind glaube ich gerade. Ja wollen wir schon mal warten oder? Offensichtlich nicht. Dann würdest du einige... Vorhin einige Frauen würdest du damit glücklich machen. Oho. Dommel. Okay. Okay. Der ist Burgum. Dann gleich zum Himmel direkt voten. Hm. Ich hab dich eh im Verdacht zu ersatischt. Das passt noch auf ne? Passt mich immer im Verdacht. Nur weil ich mitspiel. Ja ja. Immer. Trusted ist ja nicht immer da um zu verdächtigt werden. Ja ich muss jetzt den Ersatzverdacht haben. Alles klar. Aber nimm dich vor dem TV-Installateur in acht. Ja ja. Das ist das Schlimmste. Okay. Hi. Also wenn ich nicht umbringen würde wäre... Wo du kriegst tatsächlich. Ich mein ich kann auch jetzt einfach Spell 68, 86 töten. Das wär auch kein Thema. Ja go. Okay. Warte. Erstmal ein bisschen T-Bank. Achso. Okay. Jetzt wär zu sicher. Findet mal Teddy oder Volcaris. Übrigens vielleicht als Tipp noch. Du kannst... Wir können auch nur einen pro Tag töten. Weil du gerade eben bei Dongle so meintest. Okay. Das hätte man sonst bald verstehen können. Ich weiß schon was man unter einem töten kann. Das ist aber dummhut. Ja. Ja. Guten Morgen. Oh ja. Oh nee. Wo ist überhaupt... Da ist der Marktplatz. Hier sollte ungefähr der Tonpunkt sein. Auf rosa. Also da hinten um die Ecke. Ja halt weil... Mein... Mein Nachbar... Ist gestorben. Komisch dass alle auf meiner Enkel tot sind oder? Ja die sind schon... Langsam. Warte wo... Wo war alles? Ich bin der Nächste. Ich seh den Ping leider nicht. Ähm... Wo sind... Dort wo ich ungefähr jetzt stehe. Oh Moment. Ich hab nochmal da auch so... Du kannst... Du kannst auch mit F so... Also da ungefähr. Ja. Okay. Hier so. Wir haben doch hier ne Karte. Ja. Aber ist schon interessant dass du irgendwie der Einzige bist der da in der Ecke noch stehlt. Ja ich sag... Ich sag euch ja... Wie... Die Sache ist... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr da die ganze Zeit mit meinen Händen rum. Seht ihr? Mhm. Wir versuch ja von uns allen den Mörder herauszuwenden. Mhm. Und schleicht sich dafür irgendwie Häuser. Was du bist. Hä? Ich hab meines hier schon offen gelegt. Wie gesagt wenn du mir sagst was du bist hä? Versuchst du dich in der Ecke zu schämen? Ja? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich in der Grund? Geil. Welche Rolle bist du denn? Lass mich hier ruhig. Du bist es für mich. Egal was ist. Du bist es für mich. Okay. Geil mir ein gutes Argument. 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 Du bist dumme! Zwei oder drei. Du bist dumme! Ich bin... Ich bin das für sie. Das. Offensichtlich. Ich bin echtes im Lebenssinn. Ich bin echtes. Ich bin echt schlecht. Egal, das gibt es auch nicht. Ich hab dir vorher geschrieben. De riponiert es. Und trotzdem spiele ich mir das Spiel für Teddy. Dementsprechend bist du der Grund, dass ich mich deprimiert fühle. Frauenlogik. Wie wirst du irgendwann bestehen? Bin ich wohl irgendwann für Frauen oder was? Wo zum Teufel will mich dieser Pfeil hinlocken? Ah, die Quest ist gebrochen. Diese Quest ist gebrochen. Die Schüfte sind gebrochen. Ich verstehe. Ich bin dir in die Schüfte. He? Tötet Amarillo. Tötet ihn. Warum? Los! Oder Teddy! Amarillo ist Detective. Okay. Na gut. Oder Tötet bitte Teddy oder... 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 Die können jetzt aber auch... Die sind jetzt alle wach, ne? Also... Oh mein Gott. Ich hab Gamer-Axe haben. Okay, dann können wir wieder gehen. Ist auch okay. Ich glaub hier unten. Wir können ja zur Not... Wir können ja zur Not auch tagsüber noch einen töten. Es tut mir wirklich leid. Ich bin kein guter Killer. Ich töte dich gerne. Alles gut. Mhm. Ich trau mich gerne zu. Morgen. Ah, du lebst noch. Warum sollte ich auch nicht leben? Du verdächtigst mich. Moin. Guck nur... Deine Rolle an. Na dann. Mach das. Aha. Warte. Sadi könnte ein Killer sein. Mhm. Aha. Er könnte ein Schmuggler sein. Das sagst du schon die ganze Zeit? Ja? Sollte ich dich dann schon längst umgebracht haben, wenn du die ganze Zeit sowas sagst? Sadi könnte ein Schmuggler sein. Das ist einer seiner drei Rollen. Ja. Ach so. Noll. Ey, ich wurde grad beclouded. Nö, nö, nö. Das könnte ein Geist gewesen sein. Wurde nur beclouded? Jupp. Wahrscheinlich. 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 Reindrehen. Ja, aber warum warst du dann bei meinem Haus? Oder ne, warte mal. Ich möchte kurz anmerken, dass ich gerade eine nette... einen netten Hinweis bekommen hatte. Für Xadi. Äh, Xati. Und zwar ist er entweder Bürgermeister oder Schmuggler. Ich kann's noch einmal machen und da weiß ich... was die dritte Rolle ist. Aber du hast... ich wollt grad sagen, du hast doch drei Rollen. Ne, richtig. Normalerweise sind's drei. So, ähm, lebt noch ein Bürgermeister? Wenn ja, dann... Das muss aber nichts heißen. Dann möge sich der Bürgermeister bitte jetzt... äh, veröffentlichen. So. Ja, dann bist du kein Bürgermeister, also von da her. Kriege ich denn so einen Heildrang her? Äh, du kannst dich schon... Ich bin auch kein Bürgermeister. Ich war's nicht nur, dass es klappt. Hallo? Ja? Ich wollte schon sagen, das ist doch mein Haus hier, what the fuck. Das wird jetzt sehr knapp. Ich will kurz was testen. Was? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich wurde vergiftet. Ich bin gleich tot. Ich bin vergiftet. Ja, ich bin vergiftet. Ich bin kein... Tati! Ich glaub es war... Wer ist dieser Glitzerumhang? Irgendein Glitzerumhang? Ich hab keine Ahnung. Doppel! Falls es jemand stört, ich bin auch vergiftet. Ja. Noch mal vergiftet. Ja. Ich bin wirklich nicht tot. Ja, soll ich das wirklich aufheben? Jetzt bin ich gleich tot. Ja, ich nehm's mal, bevor es sich jetzt jemand hier gönnt, ne? Ich hab nur, willst du es wieder sagen? Ja. Ich brauchte bl-bl-blüte. Nein! So. Ihr habt Teddy getötet. Easy. Shame on you. So, und jetzt bitte Domme töten, okay? Ja. Vielleicht... Ja, okay, von mir aus. Aber wie gesagt, wir sollten uns... Wir sollten aufpassen mit dem absprechen, weil die Geister können uns auch hören. Ja. Ne? Ja, aber wenn die spoilern, dann cheaten sie. Nee, sie können nicht spoilern, aber sie können Leute unsichtbar bauen. Ja, sie können Leute unsichtbar machen, aufwecken und so weiter. Also, da müssen wir schon ein bisschen gucken. Ja. Ja, hallo. Hier kommt euch der Chris entgegen, gleich theoretisch. Ich glaube, ich jag den mal. Sonst, wenn ihr einen findet, dann macht den einfach fertig. Jo. Oh. Ach, ich brauch den mit dem Pilz da drüben. Ich bin gleich... Also, ich bin nicht dabei. Ich muss mich entgiften. Sorry. Fuck. Also, wenn einer der Geister da ist, dann danke schön, dass ich... Ich hab doch die blöde... Blüte... Ah, ich brauch diese Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es. Da. Diesmal. Das wird nix. Na gut. Na gut. Dann... Dann wartet ab. Ich... Ich bin gleich eh tot. Ja gut. Alle drei Rollen gesehen. Ach so, warte. Welche drei Rollen hast du gesehen? Ähm... Bürgermeister... Schmuggler... Und... Heilensteller. Ja gut. Dann kann man doch Trapper sein. Und ich bin gleich eh tot. Oah... Ach ja. Fähr hat mich ja echt nicht vergiftet. Ich war es nicht. Doma. Ah. lustigerweise war er in der nähe als ich gestorben also vergiftet worden nur ihn die ganze Zeit wir können theoretisch die Rolle von allen sehen wir können sehen dass du nicht die wollen doch safe wieder Dom umbringen oder hat einer noch zum Aufwecken vielleicht für ihn nächste Nacht oder so ja ich hab auch ansonsten entweder Dom oder hier Marello der war auch schon mal ein Einnachtziel ich habe auf jeden Fall nichts zum Aufwecken vielleicht wenn der Dom einfall oder einer aufweckt dann ne ich geh mal zu Fabi ich habe es echt früh angekündigt ich bin zu betrunken für den Schmarrn töte Teddy oder Dom ich bin auch schon tot dann bin ich raus soll ich Dom aufwecken? ich glaube er wollte Fabi töten er hat sich schon ein fein Teil gebaut, okay ich habe das Fallchen gekauft so, das war's mit Dom, zufrieden? warte jaa danke ich wollte mir den Indus tragen für dich heute nochmal aber ich habe mir das Fallchen gekauft alles gut Sache ich hatte Tino im Verdacht dann bin ich bei Tino noch eingebrochen kackendreiß indem ich ihr Schloss geknackt hatte und dann komme ich da rein und hat sie tausend Barrikaden in ihrem Haus was? ihr müsst mal bei Tino ins Haus reingucken welche Farbe ist sie? die türkis die hat hier vier Barrikaden in ihrem Haus vier hier auch vorm Haus komm sie gar nicht hin Tür-Timer rein nice und ich bin hier eingebrochen und sie hat einfach nur tausend Barrikaden und denk so okay das ist nicht Tino ist nicht Killer ich wusste gar nicht dass man sein Haus so zubauen kann ja alter als Fallensteller kannst du es nicht das ist unfair vor allem schön wenn du durch die Tür gehst erstmal übelst die Kamera verpackt hier und hier 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 ja ich habe überlegt dass es Tino ist und habe ihr Schloss geknackt ich habe ihr Schlüssel weggemacht um nachzugucken was sie ist ich glaube wir müssen Fabi beschützen jetzt nächste Nacht ja ich habe keine Lust mehr ich kann einmal aufhecken ich kann einmal aufhecken wer ist es denn? Wurzel und Wolfi oder? ja ja ok also ich sage dazu nichts wer es ist ich gebart so zu spät man hört sie ja nachts reden ich weiß von wegen sehr guten Freund sie war froh als du danach tot warst kann ich gerade sagen ob sie weiß dass ich das gehört habe? ich glaube ich schreibe ihm ein bisschen Discos Moment aber wir hatten nichts mit äh was hat ihr für recht? niemals ich habe nie jemanden umgebracht ihr werdet sehen dass ich nie jemanden umgebracht habe Alter könnt ihr mal aufhören wir wollen ja das war ein Geister ne warum hätte ich die ganze Zeit klaut das ist für die Scheiß? warum hätte ich die ganze Zeit klaut das ist für die Scheiß? das ist für die Scheiß ich habe gerade auch ein Geld bekommen von einem Geist ok ja gut ist jetzt der Diebstahl der neue Marker für ist ein Dieb? ich bin nicht so dass bei mir nicht reinkommen aber jetzt ist mein Schlüssel weg ja der Schlüssel war ich die also ok ja war noch eine Nacht also ja wir haben jetzt verloren was hat der Hausängel zu seiner Verteidigung zu sagen? äh Alkohol Alkohol Perfektiv was was werdet ihr denn für Rollen? also wie gesagt es werdet ihr denn für Rollen? oh ich denke was hattest du für eine Rolle? wobei jetzt muss noch irgendwas rausgebotet werden es tut mir leid Alkohol ok wir müssen wen rausruten ich bin aufgelenkt es tut mir sehr leid ja Alkohol ist nicht so gut beim äh Dingetun oder so nein ich habe nicht eine Person diese Runde getötet ich bin nur so abgelenkt weil die ganze Zeit irgendwas piept und da muss ich gucken und dann sehe ich dass irgendjemand schreit es tut mir so leid WTF es tut mir echt leid ja eindeutig viel zu viel bitte verzeiht mir aber ja Alkohol ist auch ne gute Ausrede vor allem wie sie wirklich jedes mal Killer ist ne ja 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 es geht nicht mehr fertig ne 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 hallo 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 schwierige weiß ich ja nicht vorhin die Begründung sie hat noch niemanden getötet weil sie abgelenkt ist aber sie hat auch noch niemanden getötet ja, aber Äh, ja. Sie hat zwar noch niemanden getötet, aber das impliziert ja in gewisser Weise, dass sie ja so töten kann. Meine ich ja und genau das meine ich eben. Scheiße. Der arme Brustelbart. Was war das? Er ist bei Tino rein. Er ist bei Tino hingebrochen. Pff, oh, die gab's in 10. Ja, und ich, ich war halt gerade hier und hatte gesehen, wie er so über den Zau geklettert ist. Und ich war halt auch selber schon mal im Haus drin. Ja. Ich sag, was Tino da gemacht hat, ist halt einfach nur mies. Ja. Ist aber effektiv, muss man sagen. Da muss seine Klasse spielen können. Ist auch ein schwarzer Binschirm. Nein. Nein. Okay, geh, geh. Ja. Ja, du Faner. Gigi. Gigi. Ja, sie wurde auch. Ja, sie wurde auch. Hi, Gigi. Ja, es war ich. Ähm. Gleich, den Satz, den du gesagt hast, ich hab noch keinen getötet, impliziert ja, dass du töten kannst. Das mach ich bewusst. Immer. Vor allem ich hab... Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll, um sie noch zu decken. Und da dachte ich, okay, jetzt ist... Jetzt kannst du nix mehr machen. Oh, du... Ich hasse es, Killer zu sein. Ich töte nicht gerne. Ich töte nie. Ich hasse es. Also...